Fuchs-Rechnungsabteilung Was glaubst du? Lass ich dich fallen oder nehme ich dich mit nach Hamburg? Ich nehme dich mit nach Hamburg. Alles abgerichtete Tiere. Sind alle krank. Ist eine kranke Gesellschaft. Du musst Schluss machen mit dem, was dich kaputt macht. Du bist einer, der nach oben gehört. Du musst aus deiner Wut und deinem Ekel Effektiv etwas lernen, Neues umsetzen. Ich wusste das auch. Wir sind Menschen, die andere Menschen zermalmen können. Weil wir die Härte haben, den Hass, das Bewusstsein und die Nerven. Und deswegen werden wir überleben. ... ... ... ... ... ... Du bist auch selber ein kleiner Knister.